Wow! Wie ist denn all dieses magische Haustier-Spielzeug so plötzlich hergekommen? Morphel weiß nicht! Lass sie uns wegräumen! Und dann dieses Rätsel auflösen! Yeah! Hm, aber wir sind nur zu zweit! Und es sind so viele Spielzeuge! Wow! Zwei Morphel? Zusammenarbeit! Zusammenarbeit! Alles wird so viel einfacher, wenn man zusammenarbeitet! Aber wie kam es nur zu dem Spielzeug? Und in zwei Morpheln? Das war Dabla! Seine magische Kraft ist, dass er so ziemlich alles verdoppeln kann! Ja! Hm, wer ist das wohl? Guten Tag, Sir! Wir sind richtige, echte Pfadfinder! Und wir verkaufen Kekse! Die sehen toll aus! Hm! Ich glaub, ich nehm ein paar Kekse! Ja! Mila, Morphel! Die Banditen haben Dabla gestohlen! Oh! Wir müssen sie schnappen! Aber sie sind so weit weg! Wie können wir sie nur schnappen? Äh! Freirad! Nicht schnell genug! Morphel, verwandle dich in ein superschnelles Polizeiauto! Ah! Da sind sie! Oh nein! Lauf! Wo sind sie hin? Ich bin mir sicher in die Richtung! Ah! Schau, Morphel! Sie sind da, hinter uns! Wie haben sie das nur geschafft? Wir haben euch! Oh, oh! Dabla ist nicht bei Ihnen, Morphel! Raus damit! Wo ist Dabla? Dabla? Vielleicht ist er bei den Instrumentenbanditen! Oder den Federbanditen! So viele Banditen! Oder vielleicht ist er... bei den Morphelbanditen! Morphel, verwandel dich in ein... Und wir, fängt die Pflasterbanditen! Ja! Morphel! Ein neues Banditenmobil kann die Kraft jedes magischen Haustiers nutzen, ohne dass wir ihre menschlichen Gefährten sein müssen! Und mit Dabla hier können wir uns selbst kopieren! Reda, wir wollen aber nicht die Radbanditen sein! Wir werden die Büroklammerbanditen sein! Ha, 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 ja! Hm! Wir, die Morphelbanditen, haben Morphel gestohlen! Wir verwandeln ihn in einen Bulldozer, dann stehlen wir ganz einfach die Reifen der Autos! Nein! Verwandeln ihn in eine Pinzette, dann können wir einfacher Federn rufen! Du Dummkopf! Selber Dummkopf! Ihr seid beide doof! Oh, so viele Morphels! Ha, 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 ha! Morphel, verwandle dich in einen Bulldozer! Morphel, verwandle dich in eine Pinzette! Morphel, verwandle dich einfach nicht! Natürlich nicht, weil wir sie noch nicht ins Banditenmobil gesteckt haben! Du das nicht! Wenn du Dabla rausnimmst, sind wir wieder nur zu zweit! Wir entwischen! Morphel hat einen Plan? Was tun wir? Nein, Morphel hat nicht Plan! Freirad? Nein, nicht schnell genug! Oh, Morphel braucht eine Mila! Endlich! Jetzt brauche ich Morphel zurück! Mila, Mila, hilf Morphel! Mila, mach einen Plan! Hi, Morphel! Ja, aber da sind so viele Banditen! Wenn sie sich zusammentun, haben wir gar keine Chance! Banditen nicht zusammentun? Banditen haben immer Streit! Wirklich? Dann denke ich, haben wir vielleicht doch eine Chance! Morphel 1! Verwandle dich in einen T-Rex! Morphel 2! Verwandle dich in einen Roboter! Morphel 3! Verwandle dich in einen großen Fächer! Jetzt tut euch zusammen und blast die Federn weg! Oh nein! Morphel 4! Verwandle dich in eine Rampe! Dabler-Banditen! Wir brauchen mehr Federn! Nein! Wir brauchen mehr Räder! Doppelt so viele! Das ist eine blöde Idee! Du bist die blöde Idee! Nein! Wir brauchen Räder! Federn! Ähm, ich nehme an, wir befreien jetzt Dabler! Naja! Wiedersehen! Wiedersehen, andere Morphels! Wiedersehen! Wiedersehen! Nein, nein, nein. Das ist nicht, was wir jetzt tun sollten. Doch, das ist es. Maffel, verwandle dich in einen großen Roboter und schnapp sie. Was? Oh, nein, nein. Und dann waren da vier Maffel und vier Banditen und es war total aufregend. Wow, das klingt beängstigend. Nicht beängstigend, aber die Banditen konnten sich nicht einigen, aber wir schon. Und dann retteten wir Dabbeler. Und dann gab es wieder nur ein Maffel. Zwei Maffel, zwei Umarmungen. Hey, Jorn. Ja, Stein? Ich bin froh, dass du der Bandit warst, der von allen übrig geblieben ist. Oh, ich auch, Stein. Gute Nacht, Jorn. Gute Nacht, Stein. Oh, nein. Meine Brille ist ja weg. Keine Sorge, Papa. Erinnere dich daran, wo sie zuletzt war. Hm, ja, gute Idee. Vielleicht habe ich sie am Nordpol verloren, als ich den Jollifant gesucht habe. Ja, Maffel liebt den Jollifant, denn er macht... Eiscreme. Ach ja, ich erinnere mich. Ich bin auf einem Bananasplit ausgerutscht und habe die Brille verloren. Aber der Jollifant hat sie gefangen. Erinnerst du dich? Ach ja, stimmt. Wo warst du denn danach? Vielleicht habe ich sie verloren, als ich Papa Dschungel zu seinem neuen Menschen heute Morgen in die Wüste gebracht habe. Ach ja, ich erinnere mich. Der Dschungelaffe hat mir die Brille geklaut. Wir müssen zurück in die Wüste und sie suchen. Nein, Papa. Maffel hat sich auch in einen Affen verwandelt und sie zurückgeholt. Oh ja, ich erinnere mich. Hm. Die Brille kann also nicht in der Wüste sein. Wo könntest du sie sonst verloren haben? Danach mussten wir das Wundertier Chuckles einfangen. Er kann Menschen zu unkontrollierbaren Lachkrämpfen verhelfen. Ja, aber ich fing sie. Und gab sie dir zurück. Ach ja. Du hast recht. Weißt du noch, was du danach getan hast, Papi? Danach habe ich mich zu Hause hingesetzt. Du hast die ganze Zeit auf ihr gesessen, Papa. Ha, ha, ha. Du hast recht. Ja. Ah, viel besser. Oh nein. Troy hat seinen Arm verletzt. Ich glaube, er braucht einen Doktor. Morphel, verwandle dich in einen Krankenwagen. Los geht's, Morphel. Morphel. Oh nein. Es gibt Stau. Morphel, fahr drüber hinweg. Yay. Das ist toll, Morphel, aber ich habe eine noch bessere Idee. Morphel, verwandle dich in einen fliegenden Krankenwagen. Vielen Dank, dass ihr Troy ins Krankenhaus gebracht habt, Mila und Morphel. Wenn ich groß bin, will ich auch Arzt werden, damit ich Menschen helfen kann, gesund zu werden, so wie du. Das ist sehr lieb, Mila, aber ich erzähle dir ein Geheimnis. Ich helfe nicht nur den Menschen. Ich bin auch der Arzt, der alle mythologischen Wesen behandelt, die in und um die Stadt herum wohnen. Es wäre eine große Hilfe, wenn ich mit diesem tollen Krankenwagen meinen nächsten mythologischen Patienten besuchen könnte. Ja, na klar. Unser erster Halt ist die Seesterninsel. 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 Der nächste Patient ist der Bergriese. Schau mal, da ist er. Unser erster Halt ist die Seesterninsel. Nochmal, Morphel. Wie erreichen wir den Bergriesenblut? Ich habe eine Idee. Morphel fügt im Krankenwagen ein Düsentriebwerk hinzu. Morphel. Morphel. Vielen, vielen Dank. Morphel war einfach ... Morphel, der Krankenwagen, hat sich wohl bei einem Patienten angesteckt. Armer Morphel. Bitte hilf Morphel, gesund zu werden, Doktor. Ich gebe Morphel Medizin. Aber der Rest liegt an dir, Mila. Denn was Morphel jetzt am allermeisten braucht, ist Liebe und Fürsorge. Papa und ich haben dir diese tolle Suppe gemacht, Morphel. Es war einmal ein kleiner roter Krankenwagen. Und er hatte Grippe und war sehr krank. Aber der kleine rote Krankenwagen war auch... Wir bauen das höchste Gebäude in der ganzen Stadt. Aber unsere Kräne sind nicht groß genug, um das Projekt fertigzustellen. Mila, könntest du Morphel verwandeln in einen großen Kran? Morphel, verwandel dich in den größten Kran der ganzen Welt. Fantastisch! Nach dem Körper. Nach dem Körper. Mila, die Kran der Kräne sind soile. Ähm, das ist auch nicht hier. Ähm, das ist auch nicht hier. Möhm, die Kran der Kräne sind soile. Wie ist denn der Kran? Ja, das ist auch nicht hier. Das ist doch nur gerne. todavía die Kran der Kräne sind soile. Ich bin glücklich. Sie erkennen, was ich gut überhauen. Vielen Dank, Morphel. Das ist das größte Gebäude, das es in dieser Stadt gibt. Ich finde, das war super, super gut, Morphel. Jetzt lass uns doch in den Park und spielen. Morphel, schnell, verwande dich in einen Kran. Unglaublich. Wo kam denn dieser Wind her so plötzlich? Keine Ahnung. Jetzt ist es gar nicht mehr windig. Schau! Musik 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 Das war's für heute. Morphe, verwandel dich in einen Drachen. Menschen machen mehr Spaß, als ich dachte. Es tut uns sehr leid. Wir wussten nicht, dass unser Wolkenkratzer direkt durch dein Schloss ragt. Wir hören auf und bauen den neuen Wolkenkratzer woanders hin. Ich habe einen besseren Plan. Ich liebe mein Wolkenkratzer. Aber hier oben habe ich niemanden, der mit mir spielt. Für meinen Plan brauche ich eure Hilfe. Ich liebe meine Wolkenkratzer. Fang den Ball, Morphe. Oh wow, das war schnell. Wirf ihn zurück. Willst du nicht fangen spielen, Morphe? Morphe will nicht fangen spielen. Okay, willst du lieber etwas zeichnen? Morphe will nicht zeichnen. Was willst du denn dann machen? Oh, willst du vielleicht Versteckung spielen? Hm, vielleicht. Okay, fang an zu zählen. Nein. Morphe, soll ich dir eine Geschichte erzählen? Als der Junge zu dem Haus lief, öffnete sich die Tür von alleine und er hörte eine gruselige Stimme. Morphe mag Geschichte nicht. Wow, dir passt heute ja gar nichts, Morphe. Hm, sollen wir vielleicht zum Strand fahren? Das heitert dich immer auf. Schneller. Hä? Morphe, pass auf. Sorry. Lass uns eine Sandburg bauen, Morphe. Hä? Wo willst du hin, Morphe? Fertig. Lass uns woanders hin. Sieh nur, wie viel Spaß Sie haben, Morphe. Hey, Waffle, das ist nicht nett von dir. Popkorne, leckeres Popkorne. Mach, mach, du bist ein hungriger kleiner Gefährte, nicht wahr? Wow. Morphe, hast du heute Morgen gefrühstückt? Nein. Morphe wollte nicht Frühstück. Morphe wollte spielen. Ach so, darum warst du heute also so schlecht rauf. Du hast noch nichts gegessen. Oh. Also, Morphe, hau rein. Geht's jetzt besser, Morphe? Ja. Fühlst du dich jetzt besser nach dem Essen? Ja. Jetzt, Morphe, glücklich. Hier habt ihr's, Leute. Wie bestellt. Ganz, ganz viele Roboter. Perfekt. Ich bin so froh, dass ihr die Letzten mochtet. Aber wofür braucht ihr sie, wenn ich fragen darf? Schon gut, Professor. Und bitte, bau einfach mehr für uns. Mila, ich will mein Spielzeugauto zurück. Spielzeugauto? Ich hab dein Spielzeugauto nicht, Troy. Ja, das hast du. Ich hab gesehen, wie du es genommen hast. Wenn du es nicht zurückgibst, sag ich es deinem Papa. Mila hat kein Spielzeugauto. Na gut, wie du willst. Troy, warte. Da bist du ja, Mila. Ich war auf dem Weg zu einem wichtigen Meeting, als du mich mit viel Schlamm beschmissen hast. Aber das würde ich niemals tun. Ich muss nach Hause gehen und mich umziehen. Aber ich bin noch nicht fertig mit dir, junge Dame. Das ist verrückt, Morphe. Wir müssen rausfinden, was hier los ist. Verwandle dich in einen Hubschrauber. Morphel, guck mal. Mila, macht Chaos. Morphel, das bin nicht ich. Ich bin doch hier. Oh. Es muss ein Roboter sein. Los hinterher, Morphel. Verwandle einen Magneten. Lass uns ihn ins Gefängnis bringen. Beamter Freeze wird wissen, was zu tun ist. Beamter Freeze, wir haben den Roboter gefangen, der Unsinn gemacht hat. Du meinst, wie der hier? Hä? Was? Wie viele gibt es davon? Professor, wir brauchen mehr Roboter. Ich arbeite so schnell ich kann. Ich bin sicher, die Roboter sind hier langgelaufen. Da, da, viele Milas. Los, geh uns ein Eis kaufen. Okay. Wir brauchen die Fernbedienung, Morphel. Ich habe eine Idee. Mir nach. Schau, da ist Morphel. Morphel, Morphel. Schnappt ihn. Wo willst du hin, kleiner Roboter? Was zur... Alle Roboter. Fangt die Banditen. Nein, nein. Ah, nein. Natürlich steckt ihr dahinter. Es ist echt eng hier drinnen, Stein. Rück mal, Roboter. Nein, nein. Fang die, Morphel. Eiscreme. Fang die, Morphel. Dann fang die, Morphel. Dann fang die, Morphel. Dann fang die, Morphel. Das ist sie. Die tollste Achterbahn auf der Welt. Sie hat übrigens super Kurven und sie ist richtig hoch. Das einzige Problem ist... Du musst so groß sein, um mitzufahren. Hm, ich kenne da vielleicht einen bestimmten Professor, der da helfen könnte. Das wird dich in einen Erwachsenen verwandeln. Aber willst du das auch wirklich machen, Mila? Auf jeden Fall. Na gut, los geht's. Mila, bist du das? Oh nein, ich bin Milas Tante. Wow, ihr seht euch so ähnlich. Also, du bist groß genug. Viel Spaß. Yay, yay. Wuhu. Wie war's? Es war mega toll. Und jetzt, wo ich erwachsen bin, kann ich tun, was ich will. Erwachsen? Komm mit, Morphel. Wer will auf dem Delfin reiten? Ich, 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 ich. Ich will. Tut mir leid, Miss, aber sie sind viel zu groß, um auf dem Delfin zu reiten. Oh. Komm, wir tun, als wäre ich eine Lehrerin, Morphel. Tut mir leid, Miss, aber sie dürfen hier nicht rein. Ich bin Milas Tante. Ich bin Milas Tante. Ah, ich hab von Ihnen gehört. Sehr erfreut. Aber Mila ist nicht hier. Und ich muss zurück zum Unterricht. Wiedersehen. Erwachsen sein wird langsam langweilig. Das ist ein Kinderspielplatz, Miss. Ich muss Ihnen eine Strafe geben. Oh, tut mir leid, aber ich kann das nicht bezahlen. Ich hab kein Geld. Dann schlag ich vor, dass sie sich einen Job suchen. Es reicht. Ich will nicht mehr erwachsen sein. Bist du sicher, dass du wieder ein Kind sein willst? Ich war mir noch nie so sicher. Mila, Mila, hast du schon gehört? Was denn? Sie bauen noch eine Achterbahn. Diesmal wird sie noch größer. Das ist schön. Willst du nicht wieder erwachsen werden, um drauf zu fahren? Auf keinen Fall. Erwachsen sein war nicht so lustig, wie ich dachte. Ich werde es genießen, ein Kind zu sein, solange ich kann. Tick, du bist dran. Komm zurück.